was wir sehen erledigt das gliederische ziel beschützt euer eigenes es gibt einen bonus wenn es sie es schafft als andere ziel auszuschalten neues team interessant also da mit mir wahrscheinlich noch habe ich rübergegangen bin eigentlich aber ich glaube das wird so sein dass wir zusammen trotzdem spielen da jemand hat es dann würde ich habe ich will zusammen tatsächlich die drei es war das nicht so geändert ja war ich rübergegangen wenn damit überhaupt spielen können weil käfer wiederum albern musste jetzt ist wieder dieser glitsch da alter dass du dich nicht in deckung begeben kannst du immer wieder an die wand dran stellt sind später wieder weg ich war schon längst hinter der wand ja schon baby weil man gerade sich entscheiden könnte wieder anvisiert also meine hier bei uns wir beschützen dich zielst du auf den köpfen das kann ja nicht sein mann ich will helfen du aus hilfe ich bin ziel männer zu mir hilfe vor allem männer zu mir das ist nicht wahr nein aber die ist dann gegen die tür geschoben und ich habe die ganze zeit auf den brustkorb geschossen statt auf den scheißkopf der polizei ordentlich gas geben dann hier sind wieder die im vorteil die die rolle können ich sehe noch nicht mal das level alles gut wir sind alle noch im himmel wir sind alle noch im himmel ja tatsächlich ist der wacke immer noch da ich habe dich gerade noch gesehen aber ich konnte mich nicht so schnell umdrehen das war das kann man die worte was ich noch ein scheiß ich habe die falsche waffe ich voll auf die fresse gekriegt gerade die falsche waffe hatte ich habe richtig ja der c0 verlorene ging die ich habe nur sturmgewehr den karabiner sind nur ist das sturmgewehr auf der wunde müssen wir dann gewinnen alle der sturmgewehr wieder essenlos die scheiß knorre eine kette für das teil nun genau meine waffe gibt es wieder nie gerade aber doch hier drin zu laufen ist auch eine kunst zu sich ne ich brauche mir noch so die antreten um ihn hat ein schalter wieder mitgenommen bisschen wieder der kevin und er kann damit nun da bin ich habe ich hier zum sturmgewehr nur so nebenbei ich habe kein karabiner ja schon verloren weiter wo bist du denn sind auch da kommen die aus aber dann immer noch das kriegst du nicht auf den kopf was ist die kommt zu dritt nein das war das ziel warum hatte ich aber jetzt auch nicht anvisiert das habe ich jetzt gerade nicht verstanden ich habe ich auch noch mitgenommen direkt war das genau das bringt nichts mehr in dem spiel merkt man gerade so ich schieße auch mal wir ziehen auf sie drauf und passiert nicht ja da stand er wieder das ist nicht wahr der zieht nicht irgendjemand habe ich kann auch in die fresse gehören der stand vor mir das ist hier jetzt sieht die waffe nicht hoch sag mal hast du echt gedacht ich dachte du läufst rein ja ich habe gewartet ich weiß aber gut dass ich keine eingemischt hat ja so wird keiner geholfen eine runde noch oder zwei oder drei die sie kommen sind die ein oder zwei runden jetzt noch aber eine gewinnt und ja entweder ihr gewinnt dann habt ihr gewonnen oder wir gewinnen zwei ja ich glaube wir machen die eine mama noch für euch gut da dann im müde woher auch eben auch ich 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 marcus ging es für nbb na das wurde interessant es wurde zusammengeprügelt und ich werde dann auch abgeknallt das war ja der geilste anfang wo er war hier von hinten kommt einer vorsicht ich zieh auf den kopf mehr und da passiert nichts ich habe jetzt einfach gesagt das war ja ohne drauf zu gucken das ist nicht wahr ich kann nicht auf den zielen aber er kann auch nicht zielen schön dass wenn nicht sichtbar ist und trotzdem ich treffe das ist nicht wahr warum sehe ich die leute nie das ist nicht kriege ich die nicht die zieht nicht ich kann gerade als würde baby ein baby kriegen genau im wechsel aber so bist du wenn du karabiner nie hast bist du gescheiße weil er einfach besser schießen kann und besser durchschlagskraft hat und das nächste marcus ja halter platz 1 2 und 3 ja wenn die wir machen das unter uns aus auf den ersten drei plätzen das haben wir so noch nie auf den ersten drei plätzen auf den ersten drei plätzen steht da ist jeder mal ganz unten immer auf den ersten drei plätzen steht die beste crew der welt ganz einfach da geht nichts ja aber das problem ist nur dass du dabei bist was we ich 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 ich